Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life mit dem Mike. Oh ja, wir waren hier, da, da und keine Ahnung. Und da fällt wieder mal was auf meinen Kopf. Das kotzt mich wirklich an. Oh nein, doch doch Soldat. Okay, da waren Minen. Tja, einfach nur Griechen. Okay, das ist schlimm. Warum? Bäm. So. Jetzt müssen wir nur darauf. Nur check ich nicht. Oh. Hm. Das hier, oh was. Oh, er doch. Da speichern wir aber mal kurz. Ein Wissenschaftler. Hals. Oh. Oh. Weiter geht es nicht. Schon schwierig hier, sind Sie nicht auf den Weg zu. Ich wollte ursprünglich sein. Aber dann bin ich hier gelandet und habe... Na ja, einfach die Nerven verloren. Darf man sich mal einen Blick durch die Tür da. Dann bitten Sie, was ich meine. Ich will hier. Okay, wir schauen mal durch die... Seien Sie vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Okay, schauen wir mal, was da hinter der Tür ist. No Smoking Area. Oh, genau. Weißt du, was? Da muss was in meinen Kisten drin sein. Tja, was sagt man dort? Okay, feuer in der Haul. Ja, genau, das kippt mich auch nur noch. Na, weiß was? Mach mal einfach. Habt ihr? Schieben das da nach vorne. Oh, sagen, hab ich dir? Oder ist eine Tür offen? Alter Schwede, hast du mich... Verarscht. Ach, einfach die Steuerung. Kotzt mich an. Und aufpassen, dass wir nicht den da treffen. Der ist der Sinn. Alter Schwede. Der fuck. Na, den haben wir erstmal. Okay. Allerb. Allerb. Oh Gott, der alles explodiert hier, wenn wir irgendwas anfassen. Wie können wir dazu verhindern, dass... nix explodiert. Oh, uh. Pito Kicks spielt Dota 2. Na, aber da sprechen wir erstmal. Und... Das sind verbrannt. Dings. Pff, verdammt. Okay. Ähm... Tja. Streckstens vorsichtig sein. Alles ist ein Zünder. Also... Vorsicht. Äh... Also das spielt... Äh... Das gefällt mir überhaupt nicht, was hier allzu abgeht. Aber... Aber... Da käme durch. Nein! Du gehst lieber nicht dadurch. Ich hab dich gerettet. Das ist eigentlich explodiert. Das ist eigentlich explodiert. Aber wir sollten schleunigste Entdeckung gehen, würde ich mal sagen. Also... Entdeckung! Soll das passieren? Innere Fleischwunden diagnostiziert. Innere Fleischwunden diagnostiziert. Was ist das eigentlich? Oh! My fucking God. Yay! Jetzt können wir darüber springen! Äh, wie kann ich durch? Okay, ich denke mir schon. Jawohl, wir haben das Rätsel gelöst. Aber alter Schwede, wer hat bitte macht's eine Falle? Was ist das? Wir haben eine neue Waffe! Warte mal, was ist das für eine Waffe? Es ist egal, wir gehen einfach weiter. Wir machen erstmal die ganzen Sachen kaputt. Denn da ist immer was Nütliches drin. Oh! Ähm... Aber das ist noch... Äh, nach der Klaue von den Typen da aus. Hallo! Ach, ich will mal die neue Waffe ausdessen. Das ist ja die... Kanate! Die Entdeckung! Aber das sieht... Dann auch... Warte mal, dass wir jetzt mal speichern müssen. Ich vertraue die Gegendliche nicht. Uh-Hm. Uh-Hm. Es explodiert hier alles. Deckung! alter alter was war das ich bin doch noch zu jungen zu sterben aber das voll das elend flugzeug aber ok jetzt kriegst du ja ich hab kein money mehr so wir gehen erst mal in Deckung in Deckung in Deckung alles wird jetzt gleich und da speichern wir mal ja von hinten ja granate oh man die haben mich erwischt das hat sich ja gar nicht gebracht und ich hab nicht mehr granaten ey die laden sich ja wieder auf dann nehme ich aber wohl diese Waffe ok neuer Plan wir bleiben unten kommt hier hallo soldaten wieso habe ich es nur auf mittel gebracht äh warte mal was was fuck shit wieso muss das unbedingt zugemacht sein wieso muss das unbedingt zugemacht sein achi kommen so und wir ganz unnötig sein ok 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 na was denn sonst das hat mich erwischt ok daneben so jetzt komm tja einer da du wolltest mich treuen da speichern wir mal weißt du was run for your life wird hat auch nichts gebracht aber ich sehe dass wir schutz kriegen können Nein wir können keinen Schuss kriegen WTF Ich will nur einfach durchkommen hey da sind ja Waffen drin wieso ich nicht darauf vorgekommen bin das ich trois Prozent bla 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 acja und und so so mit Aber echt mal, wie komme ich durch den Typen da? Oh! Ja! Sackgasse, Sackgasse! Aber müssen wir erstmal durch. Wie machen wir die in den Typen? Ah! Was ist das? Run for your life! Oh! Lasst mich noch in Ruhe! Aber, ja, wir haben jetzt mal... Och, ne, komm! Oh! Oh! So, speichern! Oh! 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 auch wie ich erreicht ein bisschen genau wir leben immer da meistens Schader ok gut nachladen kommschau ich habe ein kühlenes Gefühlen ermahnen gegen hochkonten man kann sich gar nicht mehr träumen aber wir haben money ich habe leben meine armbrust ist wieder armbrust money und was kriegen wir noch mehr money schöner kann sich werden aber weißt du was zuerst adios adios du siehst mich nicht du siehst mich nicht nur ich zu viel platzieren zu viel platzieren zu viel platzieren tralalala bäm so können wir eigentlich hier weiter ne können wir nicht aber ich weiß was ich machen will und zwar eine granate hier reinschmeißen oh du bist tot und wir gehen mal hier rauf wenn es geht ne geht es nicht ok aber was müssen wir machen ich darf ich darf extra komm mit ho ja brava junge weiter das speichern wir mal gleich hier voll der krieg draußen und das speichern wir mal gleich und das speichern wir mal gleich wir machen ihm ja nix oder doch gerade hat er verdammt a ich sollte mal die Tür aufmachen ok die geht von selber auf schön ist auch ok 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 was ist hier wohl warte mal ist hier vielleicht dahinter was ja da hinten ist es zu und dann können wir hier wieder auf und dann können wir hier wieder auf mal im ernst was sagen wir oh mein Bein warte mal spiel an ich will nicht mit so wenig leben ankommen ich bin richtig waffen hey bam headshot und was machen sie mit dir headshot so gleich speichern und hier ja ach verdammt ach verdammt jetzt geht die action los ok die action ist leider vorbei bei so ein wie toll stirb doch auch keine granate bitte können wir hier gleich speichern und ich denke wir gehen mal hier durch ok ok da ist keiner passt oh verdammt ok ab da war er warte mal alter schwede so jetzt sind wir hier oben wieso können wir nicht damit schießen ha 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 kawoom so ich weiß nicht wo ich hin zähle aber tja ich treffe halt aber junge der macht mir richtig damage und dann noch wie viele soldaten von ihnen kommen schreien und dann noch wie viele die 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 gegeben und ja das war's mit dieser episode und ja wir sehen uns zum nächsten mal